okay hier ist auch nichts mehr was wir mitnehmen können hier gargoyle kurz anschauen die haupthalle das gemälde können uns angucken treppenhaus helltrunk oben an der wand schien es eine art haltevorrichtung zu geben aber ohne mehr licht kam lily hier nicht weiter die rote aufbauen wollen wir da rein das rezept nicht okay haupthalle klosterflotbrunnenkapelle kantine da waren wir lange nicht mehr drin was wollen wir hier du bist du solltest außerhalb der essenszeiten nicht so in der karte sind schon für fast ja dass wir haben keine rezepte können ja nicht da können wir nicht rein zur sammlung eine moskete das ist meine alte pfadfinder können wir ihm die pfadfinder sache zeigen dann können wir da ran wer eine möglichkeit aber das ist doch das ist doch das goldene pfadfinder zeichen am band ich hatte ja keine ahnung dass mir hier ein waschechter pfadfinder gegenüber steht ich war nämlich auch mal bei den pfadfindern weißt du da leckt mich doch eine an meinen an meinen sachen bedienen die liegen gleich dahinten in der kiste weißt du denn unter pfadfindern gibt es keine sachen wie besitz und äh und okay ähm fadfindertruhe fadfindermesser schade nur ein fadfindermesser und das geht können wir noch was anderes mitnehmen ähm schade na dann mit dem messer können wir doch jetzt können wir jetzt hier fadfindermesser ich würde es mal ausprobieren ähm ja hier wir wollen doch wir wollen doch hier die widmung rauskratzen lilly hatte nicht den hauch einer idee wie sie die widmung damit vom baum bekommen sollte hm tja tja also brauche ich jemand messer ich brauche scheinbar nicht schorni schien nicht interessiert zu sein lilly musste wohl einen anderen weg finden um ihn zu beeindrucken muskete schorni schien nicht interessiert zu sein lilly musste wohl einen anderen weg finden um ihn zu beeindrucken ziel ratten was hast du da zigaretten nein danke die kannst du gerne behalten natürlich rauch ich ich bin immerhin ein richtiger raudi aber nur wenn ich nervös bin da ich aber nerven wie drahtseile habe ist das mehr so hypothetisch ich bin ein hypothetischer raucher was im grunde noch als normales rauchen verstehe können wir die hier irgendwo ablegen mhm lilly hätte dem gnome gerne bei der arbeit geholfen aber sie hatte ihre eigenen aufgaben zu erledigen sicher dass du keine zigaretten haben willst zigaretten nein danke die kannst du gerne behalten natürlich rauch ich aber nur da ich bin fast im grub hm ok dann wo nicht ähm uuuuh der kommt in power oder tja vielleicht können wir irgendwann das rezept gegen die gegen die dingens tauschen ab ins kloster doris brauchst du ein messer kannst du das gebrauchen was hast du da ist das etwa mein messer aha das kann doch nicht wahr sein dass so ein kleines balk wie du mit einem messer durch die gegend läuft ich sag's ja die jugend von heute ist verdorben wie der ein mit ulas für nächste woche weißt du denn nicht was so ein messer für einen schaden anrichten kann soll ich es dir zeigen na siehst du also gib schon her bevor du irgendwen damit verletzt so was ein kleines mädchen mit einem messer unverantwortlich hier nimm stattdessen diese motorsäge hier jetzt da ich wieder ein messer habe brauche ich die nicht mehr unverantwortlich mit so einem messer durch die gegend zu laufen nimm lieber diese motorsäge äh ja damit kommen wir doch meinem plan näher hier mal die witzmunk aus dem baum raus zu kratzen na komm hintergarten und na komm witzmunk die idee war gut leider fehlte das benzin für die kettensäge ja benzin für die kettensäge natürlich ähm benzinkanister benzin benzin vielleicht hier generator hier das ist benzin für die kettensäge ähm in die küche vielleicht irgendwo benzin 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 äh glas mit alkohol hatte einen geistesblitz der hochprozentige alkohol war ein famoser treibstoffersatz für die benzin nach sicher Kettensäge. Die Oberin würde sicher stolz auf sie sein. Okay, funktionierende Motorsäge. So. Aber jetzt können wir doch bestimmt jetzt aber... Ja, Motorsäge. Hier müssen wir noch zum Hintergarten. So, Motorsäge und... Neng, Neng, Neng. Neng, 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 Neng. Ähm, was? Rausgesägt. Lilly hatte Ednas Aufträge ausgeführt und alle Beweise verschwinden lassen. Sie konnte es kaum abwarten, ihrer besten Freundin davon zu berechten. Lilly, Gott sei Dank. Ich habe ein neues... Die ist ganz safe an diesem Raum. Was ist jetzt? Da steht doch alles über meine Fluchtpläne drin. Ich habe sogar eine Karte angefertigt, auf der ich mein Versteck markiert habe. Also vergiss die Sache mit den Beweisen. Ähm... Nein, nein, vergiss sie einfach. Oh Mann. Die waren eh nicht weiter wichtig. Das Tagebuch hat jetzt höchste Priorität. Lass ich ihr. Hilf mir suchen. Wenn die Oberin es in die Finger bekommt, bin ich geliefert. Es muss irgendwo in der Nähe sein. Lilly wusste natürlich sofort, was zu tun war. Ähm, sie wusste sofort, was zu tun war. Oh Mann. Ah, die Beweise. Die waren doch nicht so wichtig. Na, war das jetzt so schwer? Da lag es doch schon. Tagebuch. Das Tagebuch. Oder hing vielmehr. Die verräterischen Aufzeichnungen baumelten an der Kralle einer dumm daherglotzenden Taube. Anstatt die Taube einzufangen, überlegte sich Lilly, ob sie nicht irgendwas im Inventar hatte, um sie zu verscheuchen. Sie hätte wohl auch auf einer Pauke gespielt, wenn sie eine dabei gehabt hätte. In der Pauke haben wir nicht gemützt, aber er war in der Hohfasen-Einwand. Na dann versuchen wir es mal. Ach was. Als Lilly das Tagebuch schnappen wollte, erhob sich die Taube in die Lippe und... Letzt gedacht. Deshalb würde ich es abschießen. Sie flog mitsamt Tagebuch zum Klosterdach, wo sie im Gewelk über die Büro der Oberen verschwand. Natürlich. Da half auch kein dümmliches Gucken. Ein weiteres Mal führte Lillys Weg nun in die Höhle des Löwen. Irgendwie haben wir immer noch kein Katzenfutter. Treppenhaus. Rundgang. Ja, hier sind wir ganz falsch. Na endlich! Da bist du ja wieder. Lumpy verhungert bereits. Hast du das Essen besorgt? Äh, äh. Was? Und dann Trapmarsch! Ah! Wie ich diese... Kinderrasse! Tja, wo? Wo haben wir die Taube? Äh, nicht die Taube, die... Ja. Was auch immer. Natürlich nichts. Draußen vielleicht am Brunnen. Am Brunnen vor dem Tumor. Lilly mochte die Spatzen. Nie im Leben wäre sie auf die Idee gekommen, auf sie zu schießen. Andererseits musste sie Shorni beeindrucken, um an das Rezept zu gelangen. Mit Kanonen auf Spatzen schießen. Was? Natürlich. Lilly hatte zwar die Spatzen verfehlt, nicht aber ihre Wirkung auf Shorni. Er schien tatsächlich ein wenig beeindruckt zu sein. Machst Zigaretten. Lilly hatte gehört, dass Zigaretten beruhigend wirken sollten. Oh nein. Hauuah! Das hatte Lilly fein hinbekommen. Shorni schien es schon viel besser zu gehen. Man erkannte es genau an der Art, wie sich seine Pupillen langsam nach innen drehten. Oh Mann. Äh, ja. Zum Schulter-Eich. Ach schön. Es qualmt noch ein wenig. Äh, ja. Zigaretten. Und ich muss dringend eine Aufnahmepause machen. Ich muss dringend den Stream mal beenden. Jetzt haben wir hier schon... Ja, wir haben hier ein paar Leichen um die Adlerleiche. Was für ein schönes Tier. So stolz. So ein glänzendes Gefieder. Hoffentlich fand Lilly später noch Zeit, mit ihm zu spielen. Ja, jetzt haben wir einiges. Wir haben einiges kaputt gemacht heute. Äh, ich meine einiges geschafft. Ja. Oh. Auch hübsch. Ja. Wo die nur hin ist. Ähm. Ja gut, ähm, dann mach ich jetzt mal, bevor ich jetzt noch weiterlaufe, noch mehr Rätsel löse und noch mehr Sachen noch weiter vorankomme. Mach jetzt mal hier an der Stelle Schluss. Mach mal im nächsten Livestream weiter. Habe schon überzogen, den Stream. So, da hat er mich nach oben und sollte euch gefallen haben. Nee. Lassen abo da, wenn ihr seid und den nächsten Stream nicht verpassen wollt. Ja. Ja. Im nächsten Stream geht es weiter mit Habeys neue Augen. Und vielleicht brechen wir dann langsam aus der Schu... Kloster... 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 Äh... Kloster schon da aus. Ja. Irgendein Ort, wo es nicht... Ja. Ja. Ich glaube, hier können wir mal beenden. Ein Ort, wo nicht so viele Leichen rumliegen. Na dann. Ja. 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 Ja.